Okay, gut, dann, jetzt, ach, keine Ahnung, äh, da unten hole ich mir auf jeden Fall Minas Tirith, ich muss mir die Festungen holen, wenn ich, wenn ich, ich habe so eine Idee, wenn ich es schaffe, irgendwie, erstmal kriegt er noch ein paar Spinnenreiter hier, wenn ich es schaffe, wie auch immer, aber wenn ich es hinkriege, dass er sich auflöst, weil er im Hinterland verteidigen muss, dann hätte ich da, ups, vielleicht sogar eine Chance. Das Ganze zu gewinnen, aber einfach wird es nicht. So, so viel sei mal gesagt, denn, wir gehen hier die, die Einheiten aus, dann nicht zu denen da rein. Okay, geht noch eine Ork-Hurde, ja. So, ich bin hier, stehe ich, voll ausgerüstet. Äh, was haben wir hier noch? Ah, jetzt hat sie ausgerüstete Einheiten bekommen. Okay, dann bekommt sie da noch was und da geht noch so viel wie möglich runter. Das schaut gar nicht so schlecht aus, das sind ausgerüstete Einheiten. Ich kann hier angreifen und hier stehe ich relativ sicher, da ist nichts Schlimmes. Hier auch, das ist safe. Das könnte schwierig werden, aber ich will jetzt hier, wenn ich hier das Land verliere, kann er drei angreifen. So kann er nur zwei angreifen, das ist eigentlich besser, wenn ich hier defensiv stehen bleibe. Oh ja. Weißt du, ah, Zwerge. Gimli, nee, das schaffe ich nicht. Äh. Ich überlege gerade, ob ich mich mit Azok hierhin zurückziehen soll, um hier eine Front aufzubauen. Weil die Gundabat-Berge sind sehr schwer zu verteidigen. Ich habe da keine Festung. Die Einheiten sind nicht ausgerüstet. Ich habe auch beim Angriff schon verloren gehabt. Und Gimli hat gut viel Zwergenverlangens, ein Streitwagen-Teil. Gimli. Ich lasse es. Drogoth, bleib denn kein Andros. Ach, komm jetzt. Ernsthaft? Na, dir zeige ich's. Pass mal auf hier. Hä? Mordor. Versucht aufzumucken. Oh man. Also gegen vier Leute ist es nicht sehr gut auf, auf Balrog und Drache zu gehen. Zumindest nicht ohne Support. Äh, weil die fallen einfach doch relativ schnell. Leider. Das heißt, wenn ich gegen viele Leute spiele, sollte ich die Ringpunkte eher so verteilen, wie ich es jetzt mache. Also, damit ich halt so viel wie möglich Fähigkeiten habe. Ich glaube, das ist dann am besten. Ja, den nehmen wir auch ein. Ne, 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 Drogoth. Ne, 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 ne. So. Wo haben wir denn hier was? Ich gehe auf die Baumeister. Da können sie sich querstellen, wie sie wollen. Aber ich werde auf die Baumeister gehen. Oh. Er darf noch den Wurm rufen. Sehr schön. So, das gehört uns. Wo ist der Baumeister? Na also. Drabonholde. Die kann man zerstören. So. Wo ist der Baumeister? Da ist er ja. Und zerstört. Tja. Wie gesagt. Nicht sehr klug von ihm. Das so zu probieren. Ja. Wie gesagt. Ich hätte hier richtig ausbilden können und so. Aber. Braucht es nicht. Das braucht es jetzt dort echt nicht. Lieber einen schnellen Wind einfahren. Ist besser. Kräfte da echt kein anderes an. So. Das hier wird auch gechillt. Nur die Gunderbad-Berge. Die werden knackig. Ich sage es euch. Die werden echt schwer. Und ich weiß nicht wieso. Weil die Zwerge ausgerüstete Ausrüstis haben. Die ausgerüstet sind. Mit lauter Ausrüstzeugs. Die schweren Brüstungen. Geschmiedeten Kling. Ihr braucht schon geschmiedete Kling. Und so ein Bannerträger und so Zeugs. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Piece of Cake. Das wird echt easy. Vor allem weil ich ausgerüstete Zeugs habe. Ich weiß nicht. Ob die Menschen. Auch schon so. Ausgerüstetes Zeugs haben. Aber das sehen wir gleich. Äh ja. So. Ich habe Feuerpfeile. Anderes Zeugs. Mit Kantor muss ich ein bisschen aufpassen. Denn. Oh Grafone heute. Das gibt ein bisschen Erfahrung. Wir werden angegriffen. Wow. Die braucht nicht viel Erfahrung oder? Das so ein Schnelllevel schwach hält. Äh. Wie wäre es hier mir da mal helfen würde. Ja. Du könntest auch vernichten. Sollte euch nicht schwer fallen. Ihr habt es recht. Das ist der Feind. Und sie haben ausgerüstetes Zeugs. Und sie rennen komplett da durch. Was für Idioten. Toll gemacht. Spinnen weiter. Toll gemacht. Ähm. Töten wir mal das Gehöft hier. Töten. Lol. Zerstören. Genau. Genau. Das Zerstörmer. Das Zerstörmer. Das Zerstörmer. Da kann es drüber rennen. Geht's mal zurück. Dann greift er da an. Dann greifen wir da an. Die greifen dort an. Die Kanker greift da an. Die Bogenschützen greifen da an. Wir spinnen weiter. Laufen nach dort. Das ist eigentlich schon so gut wie gewonnen, oder? Ja. Und das war's. Nur noch den Baumeister töten. Easy, easy, easy. Nachdem mir die KI grad so einen guten Kampf geliefert hat, auf einmal, greift sie nur noch so stückchenweise an. Und schmeißt Einheiten weg. Das ist unglaublich. Aber sie haben halt leider nach wie vor, hier dieses Gebiet, Rudaur. Und das ist extrem stark bewahr. Und jetzt muss ich echt gucken, dass ich die Gunnarblatt-Berge verteidige. Wenn ich das hinkriege, habe ich da oben eine reelle Chance, eine gute Frontzwerke aufzubauen. Aber so ist es schwierig. Vor allem gegen Zwerge. Weil die jetzt so schnell mit Streitwagen und dann Rammeln und Katapulten kommen. Das ist echt nervig. Und die brutale KI hat nun mal den Vorteil, dass sie, naja, ziemlich viele Ressourcen zur Verfügung hat. Sie kann eigentlich mehr ausbilden, als sie kann. Weil sie halt einfach das Geld dazu hat. So, ich habe keine Ahnung, wo mein Gegner ist. Was bedeutet für mich... Äh. Du kannst doch sicher... Na, toll. Heidsche schwingen. Damit so viele Leute wie möglich ein bisschen Erfahrung bekommen. Da sind sie. Ich weiß nicht, warum man aufgedeckt wird, wenn ein Katapult schießt. Aber es hilft auf jeden Fall, mir herauszufinden, wo der Gegner ist. Ich wüsste gerne, und ich weiß es nicht, aber ich wüsste es gerne, ob man... ...auf der Karte auftaucht, also auf der Position... ...auf der man halt von... ...auf der echten Karte rauskommt. Also, die sind jetzt von unten gekommen, also wahrscheinlich von hier. Weil sie auch auf der Karte von Süden her gekommen sind. Ich weiß aber nicht, ob das immer so ist oder nicht. Ich hatte da mal die Vermutung, aber richtig bestätigt hat sich das auch nie. Von dem her bin ich jetzt... ...weiß nicht. Äh, Information, Information. Information. Du greifst an. Wir hatten hier, der da. Nicht stacken, ne? Der Gimli, der springt euch aufs Dach und tötet euch alle. Okay. Äh, Gimli. Wie viel Schaden der macht. Unglaublich. Oh, das hat Geld gegeben. So. Wenn da die Gebäude unserer Feinde sind, müssen irgendwo Baumeister sein. Hey, hi Baumeister. Na, wie geht's dir so? Schlecht? Ja. Ich wette, so geht's dir. Alles klar. Hau mal den Gang weg. Wie wär's, wenn ihr euch damals verteidigt? Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Das töten. Zerstören, vernichten. Terminieren, terminieren, den Erdboden gleich machen, verwüsten, in Schutt und Asche legen. Das gibt's noch für Synonyme fürs Zerstören. Kaputt machen. Was haben die da für Brandbomben? Ja, komm, komm, hau es den. Ja, komm, hau es den. Und tschüss. wo der so ist aha jetzt noch ein baumeister kriegt er den nicht weg er will schon wieder einen turm bauen gibt es aber nicht okay so was haben wir noch hier ihr dürft diese gebäude vernichten ja nur keine falsche bescheidenheit ihr dürft müssen noch so eine orkhölle ich hatte doch zwei genau so schön alles vernichten mal komm jetzt haben wir es vielleicht sollte ich noch ein bisschen ausbilden aber sei es drum passt schon habe verteidigt ist gut sehr gut sogar gut verteidigt da geht was alles klar was haben wir noch helms klamm das wird ein bisschen schwierig ein bisschen wenn ich ganz blöds spiel verliehe ich das sogar aber was cool ich habe dann helden ich habe dann helden und ich erinnere mich auch ganz genau welchen nicht zurück gelassen hat das sollte er zurücklaufen gut ich glaube das ist abgeschnitten das heißt trotzdem gegen den nasskohl habe ich problem weil es gibt dort keine türme das ist jetzt extrem dämlich ich baue sofort zwei türme sofort zwei türme der rennt raus dann bilden wir noch hier so ein ding aus der hält geht hier hoch das tor schließen wir warte nein der hält der geht hierhin so der soll ja nicht abgeschossen werden und wenn ich ganz viel glück habe ich nehme jetzt ein ballrock das geht schon kann ich schon mal machen wenn ich ganz viel glück habe dann hat der gegner bogenschütze und die kann ich ihm dann abziehen probiere ich mal ja da sind bogenschützen da sind bogenschützen der hat eine menge bogenschützen ich muss nur durchhalten hier konnte man irgendwann mal genau seitentor okay unbedingt noch eine orgrube bauen genau die rennen raus greifen das an spionage an den da na komm und jetzt zwang so ein troll habe ich leider nicht mehr bekommen der geht zurück feuerpfeil feuerpfeil ab in deckung das ausbilden noch eine orkhöhle bauen okay ich glaube nicht dass der raus sollte ich glaube nicht dass ich mit dem rausgehen sollte aber die sind jetzt schon durchs tor durchgebrochen und zerstören wir noch ein tor ich würde gern noch einen gang bauen so weg mit dem nascool der muss weg der nascool muss irgendwie weg dann gibt es wieder zwang bekomme ich auch den troll wow ich bekomme sogar den troll sehr schön das ist jetzt natürlich ungut der rennt raus alle außer dem helden gehen jetzt nach hinten und versuchen mein zeug zurück einzunehmen und dann kann ich jetzt hier versuchen ja ja ich brauche das ganz dringend wieder dann kann ich jetzt hier gänge unser zeugs bauen wo ist der halt 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 hier gibt's geld so power hat der held ja also der macht gut schaden sie sind immer noch hier und zerstören mein zeug oh ich kann gleich nochmal rohstoffe rauben wie viel bekomme ich wow nice nice den vorposten hole ich mir auch auf jeden fall hole ich mir den vorposten der rest gehört mir das ist gut da haben sie nichts neues weggenommen du musst ah warte 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 zwang jetzt gehört der ganze Mist mir das ist so stark er darf halt jetzt nur nicht sterben deswegen schicke ich ihn zurück aber ich kann hier jetzt dann auf Spinnen umtrechen und das ist genau das was ich auch machen werde hier gab es auch mal irgendwo einen Geheimgang genau so ich hole mir nochmal einen Baumeister denn ich glaube einer ist gestorben gut 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 was haben wir hier ein paar Reiter die sollten aber alle sterben tun sie auch sehr schön gut das Tor repariere ich jetzt und dann schließe ich es das Tor reparieren wir mal auch wer weiß was passiert nachher kommt wieder die Geisterarmee und haut mir alles kaputt das muss ja auch nicht sein äh brüllen kann der grad nicht aber das passt schon Spinnenhöhle da bauen wir gleich noch eine so dann bauen wir noch ein paar Gänge warte mal das geht doch schneller wenn er da in den Gang reingeht und da unten aus dem Gang wieder raus genau dann bauen wir hier noch das ist zwar ziemlich eng aber macht ja nichts ach das waren seine ah ok gut gut dann kann der wieder los der kann das halt die ganze Zeit machen Zwang Rohstoffen Spionage das ist ziemlich gut klar bauen wir einen Gang direkt vor das Tor das ist eigentlich die Idee weil dann kann ich hier zu machen und kann alle durch den Gang schleusen und braucht das Leben Tor nicht ich meine ich reiße es jetzt nicht ab oder so aber ich brauch es halt nicht ne es geht schneller weil ich halt vor dem vor dem Torhausen Gang hab außerdem ah ne warte da gehen wir durch da gehen wir jetzt auch durch das Haus mach mal nochmal den Rohstoff raub ich bin nämlich grad ein bisschen knapp bei Kasse ah ok der hat nochmal viel Geld du kannst halt auch wirklich nur das rauben was der Gegner an Rohstoffen hat aber das ist ja ziemlich brutal vor allem wie häufig das geht das ist echt unglaublich da der kann das halt schon fast wieder machen ist schon zu so ein Viertel ist das schon wieder rum ist unglaublich ich soll da unten nochmal Bogen schützen und solange er keine vielen Einheiten hat ist halt Zwang so ne Sache aber jetzt kommen hier ne ganze Menge Leute ja so das bringt mir nichts weil es gibt nichts wo ich ausbilden kann hier bauen wir einfach weiter aus und so die Festung wird jetzt hier ein bisschen verflucht heißt doch verfluchtes Land oder dunkles Land verfluchtes Land ja es gibt so viel Geld so wie viel Geld haben denn die guten Elben na komm na komm gib mir dein Geld gib mir dein Geld 200 ja der hat halt nix mehr ne ok wie stark ist Tom gegenüber dem oh toll und und nervt ganz schön der gute Tom was hat denn mal gelbe Stiefel oder gelbe Stiefel hat er rum 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 green So, noch eine Kledermaus hier hin. Und dann war es das eigentlich schon. Ich meine, der kann immer viel machen, ne? Hier kann man nochmal schön ausbilden. Ja, meiner grenzenlosen Macht. So. Jetzt kriegt man es aber mal einen schönen Endstream hin. Wo wir halt wirklich rumbuseln. Und eine ganze Menge Truppen haben. 580 von 1000. Und steigend. Alles gut. Alter, das ist klar, mir so eine Festung. Das kann die KI fast nicht einnehmen. Generell gibt es so ein paar Festungen. Okay, wenn du jetzt nur die Festung hast, dann kann es sein, dass du irgendwann verlierst. Aber so ist es halt ziemlich gewonnen, ne? Wie gesagt, jetzt machen wir hier nochmal Sicherheitsabspeichern. Das ist nämlich ganz schön wichtig. Ja. Das ist nämlich ganz schön. Vielen Dank.